Yo, moin moin. Wir wollen fix noch eine kleine Systemwette nachlegen und zwar in drei Reihen gespielt. Folgende Partien. Sassuolo gegen Hellas Verona gleich schon um 12.30. Da sagen wir, beide werden treffen und über 2,5 Tore im Spiel. Die Quote eine 1.80. Dieselbe Wette machen wir bei Augsburg gegen Frankfurt, da die Quote sogar eine 2.20. Beide empfehlen sich auch durchaus als Einzelwette. Ich mache es jetzt auf einem Wettzettel. Ihr kennt das System hier oben in der Infokarte. Sonst mehr dazu. Auch in den Bilanzen ja einiges zugesagt. Gehen wir in die Partien. Sassuolo hat gerade einen guten Lauf. Zuletzt 5-1 bei Empoli gewonnen. Ich denke, die werden es fortsetzen wollen. Berardi fehlt zwar, ist natürlich ein wichtiger Mann für Tore. Aber Raspadori, Scamaka zuletzt wirklich treffsicher. Da gehen wir davon aus, dass die ordentlich Schwung nach vorne bringen und auch ein bis zwei Buden finden, die genauso natürlich Hellas finden kann. Die zuletzt eine wirklich peinliche Heimpleite gegen den Tabellenletzten aus Salerno einstecken mussten. Ich erwarte mir da eine Reaktion. Die Offensiven sind alle fit. Auch personell, auch bei Hellas ein paar Probleme. Aber hier ist Simeone. Der sollte mal wieder was tun. Und vor allen Dingen, ja, von dem ganzen Team erwarte ich eine Reaktion. Deswegen, ja, sollten die sich nicht lange beschnuppern. Und da sollte es ordentlich zur Sache gehen. Wenn das erste Tor früh fällt oder halbwegs früh fällt, dann geht es da ab. Und diese Reihe sollte relativ problemlos drin sein. War auch ein beliebter Pick bei der Über-Tore-Challenge. Auch hier in der Infokarte noch zu finden. Gut, warum die SGE bei FCA diese selbe Wettform? Ja, die SGE kurzfristig, beziehungsweise ja, seit gestern bekannt, Trapp und Kostic fehlen. Das ist natürlich schon eine enorme Schwächung. Und das sollte dem FCA natürlich entsprechenden Aufwind geben, dort schon frühzeitig aufs Tor zu drücken. Der Ersatzkeeper von Frankfurt ist ein 20-jähriger Bundesliga-Debüt, wird sein. Sicherlich kein schlechter junger Nationalspieler. Aber man sollte gerade halt von Anfang an auch nutzen, dass diese Abwehr nicht eingespielt ist. Zudem natürlich die Spielanlage halt über Kostic zu gehen, wird sich leicht bei Frankfurt verändern. Es wird mehr durch die Mitte gehen, denke ich. Und ja, bei Augsburg, alle Offensivkräfte sind fit. Und Frankfurt wird sicherlich auch sein Tor finden. Dafür ist die Mentalität auf jeden Fall vorhanden. Finden wir so eine gute Wette. Die Quote von 2,20 richtig gut. Wie gesagt, kann man auch, wenn man jetzt relativ spät dran ist, hier mit dem Video, auch als Einzelpick nehmen. Gut, dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, das hat ganz gute Erfolgschancen. Die Quoten, wie gesagt, jetzt im Laufe des Vormittags arg verbessert. Deswegen probieren wir dazu. Wir haben ja heute Abend auch noch DSC Arminia Bielefeld laufen. Und die packen das. Okay, bis dahin. Tschö.